Starkoch Soltbe sorgt nach WM-Finale für Ärger bei Messi und Shitstorm im Netz. Der Starkoch feierte nach dem Sieg der Argentinier mit, als hätte er gerade selbst den entscheidenden Elfmeter verwandelt. Er griff sich irgendwann sogar selbst die Trophäe. Höhepunkt seiner Show, der Koch drückte dem Pokal einen Kuss auf. Das sorgte nicht nur bei Fans für Irritationen, sondern auch bei den Spielern. Messi zumindest hatte ganz offensichtlich keine Lust auf Nussred. Fernsehbilder zeigen, wie er Messi förmlich belagerte und nicht aufhörte, bis er nach mehrmaligem Fragen ein Foto bekommen hat. Dadurch, dass er den WM-Pokal berührte, dürfte er allerdings gegen die Bestimmungen der FIFA verstoßen haben. Das für den Influencer noch Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten.